Jo Freunde, aktuell können wir uns wieder ein Gratis-Item abholen, das Ganze passend zu Fortnite-Albträume. Was wir dafür machen müssen, einmal kurz in diesem Video erklärt, und zwar gehen wir dafür einmal auf den Desktop drauf. So, ich bin bei Twitch, das Ganze nämlich wieder ein Twitch-Drop, und dafür gehe ich mal kurz hier auf Drops drauf, könnt ihr genauso machen, dann seht ihr das, und hier auf alle Kampagnen. So, dann gehen wir einfach mal runter und dann sehen wir direkt hier bei Fortnite, aktuell gibt es ein ganz makabre Load-Screen. Also einfach ein Loading-Screen, und den können wir uns einlösen. Der ist passend dazu zu Fortnite-Mairs, also dem Fortnite-Albträume, was gerade läuft, aus dem Trailer, einfach so ein Ladebildschirm hier. Ihr seht es ja selber, und ja, was wir machen, wir gehen einfach zum Kanal hier. So, das sind jetzt alle Kanale hier, zum Beispiel auch, HeyStan, gerade aktiv, Drops aktiv, und so ein paar andere noch. Könnt ihr einfach zugucken, und das Ganze dann eine Stunde, ich gehe einfach mal auf Stand kurz hier drauf, mach mal auf Stop, und dann seht ihr rechts, Erhalte, Twitch-Drops, und ja, das Ganze dann eine Stunde zugucken, und geht bis zum 1. November. Aber ich denke mal, einfach reingehen, und dann eine Stunde zugucken, und dann kriegt ihr natürlich den Ladebildschirm dann in Fortnite. Gut geschrieben, Details anzeigen. So, nochmal gucken hier, wann man den kriegt, fortschreit gleichzeitig. Ich denke mal, den bekommt man sofort, also keine irgendwie andere Sachen, die hier stehen. Fortnite Mars 2020 noch hier, bei meiner Cam, und ja, das kurz zur Info, also gerne reingehen. Wichtig nur, Verknüpfung müsst ihr natürlich machen, Epic Games Konto verknüpfen, mit Twitch, schon sehr, sehr oft gezeigt. Einfach epicgames.com einloggen, dann auf verknüpfte Konten, dann einfach Twitch, Login dann eingeben, dann seid ihr direkt verknüpft. Mehr braucht ihr nicht machen, das zu diesem kurzen Video, für das Gratis-Item, diesen Ladebildschirm. Und ja, wenn es euch gefallen hat, geholfen, sehr gerne ein Like da lassen, sehr gerne ein Abo da lassen, und bis zum nächsten Video, haut rein, und ciao.